Streamplan! Okay, Spaß beiseite, es tut mir leid. Oh man, okay, aber jetzt mal ernsthaft Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und ich habe einen coolen Streamplan für euch mitgebracht. Aber ich habe noch was anderes für euch. Und zwar hat Pegismo ein neues Video hochgeladen, ein RPG Maker Video. Das verlinke ich in der Videobeschreibung. 10 Dinge, die man als RPG Maker Anfänger nicht tun sollte. Schaut euch das auf jeden Fall an. Sind auf jeden Fall 10 Dinge, die man als Anfänger nicht tun sollte. Habe ich angeguckt, komplett das Video. Und kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber nun zu meinem Streamplan. Ich möchte Samstag und Sonntag streamen. Samstag möchte ich The Finals streamen ab 20 Uhr. Und Sonntag möchte ich ein RPG Maker Spiel streamen. Charon, Cetan Chronicles, Chapter 1 plus 2, German, inklusive Grades-Demo. Ähm, naja, die Grades-Demo natürlich nicht. Wir kaufen uns das Game. Und spielen das dann am Sonntag mal ein bisschen an. Ich werde es sicherlich nicht durchspielen. 20 Uhr. Ähm, okay. Gut, das sind die beiden Streams. Ich wollte eigentlich Montag auch noch streamen. Hatte ich überlegt. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Und möchte Montag dann ein Tutorial vorbereiten. Ich weiß noch nicht, ob ich es Montag schon aufgenommen bekomme. Aber ich möchte ein Tutorial vorbereiten. Mein Kanal soll ja auch wieder Tutorials bekommen. War ja so versprochen. Und ey, ich halte meine Versprechen. Ähm, genau. Also, ähm, kommen wir zu The Finals. Das wird auf jeden Fall in der Community zusammengespielt. Ist so ein Shooter. Aber selbst wenn ihr keine Ahnung von Shootern habt. Könnt ihr das auf jeden Fall spielen. Ist recht cool gemacht, das Game. Ähm, so eher mehr so Taktik-Sachen und so. Und dann gibt es auch Fähigkeiten wie Heilung. Ähm, und Schutzschilde und sowas. Ähm, oder wie man da sieht in dem Trailer. Dass man da auch einfach Wände aufmachen kann. Und so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Kann ich euch echt empfehlen. Ähm, und das Ganze gibt es für Steam, Xbox, Playstation und Schifossen. Nooo, wer es braucht. Ähm, und hat Crossplay. Also dementsprechend alles Free-to-Play. Kostenlos. Ihr könnt einmal mit der Community zusammen. Morgen 20 Uhr am Samstag mit uns zusammen zocken. Hätte ich mega Bock drauf. Auf jeden Fall. Gut. Genau. Dann habe ich auch zu The Finals noch einen Livestream gehabt. In meinem Kanal findet ihr den unter Live. Äh, da habe ich ein bisschen was erklärt. Ähm, solltet ihr euch vielleicht auch mal angucken. Oder mal reinschauen. Sagen wir es mal so. Ähm, genau. Da habt ihr dann auch einen groben Überblick. Worum geht es eigentlich in dem Spiel. So. Kommen wir zu Charon. Ich möchte Charon spielen. Ähm, ich finde das ein cooles Game. Auf jeden Fall sieht ganz cool aus. So mit den RPG Maker XP Grafiken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in der RPG Maker XP gemacht ist. Ich habe keinen Schimmer. Aber es sind auf jeden Fall die RPG Maker XP Grafiken. Die erkenne ich auf jeden Fall. Ähm. Mega cooles Game, denke ich mal. Gucken wir einfach mal rein. Und wenn es nicht cool ist, dann ist es halt nicht cool. Aber wir gucken auf jeden Fall mal rein. Ähm. Er hat das Ganze in Discord gepostet. Und ich möchte in Zukunft, jeden zweiten Sonntag, möchte ich ein Spiel spielen. Ein RPG Maker Spiel. Und ich werde mir hier immer welche raussuchen, die bei mir im Discord gepostet wurden. Ähm. Das ist zum Beispiel Charon oder Dragon Burst, Radan's Journey, sowas halt. Ähm. Da möchte ich mir jetzt einfach jeden zweiten Sonntag eins raussuchen. Und das spiele ich dann. Also wenn ihr wollt, dass ich euer Spiel spiele, postet das in meinem Discord unter RPG Maker Spiele. Macht ihr hier einfach einen neuen Post. Und dann könnt ihr dort, ähm, euer Spiel promoten. Ähm. Wendet euch aber vorher einfach privat an mich. Weil sonst könnt ihr nämlich keine Bilder hochladen und keine Links teilen. Ähm. Das, ähm, steht hier im Ankündigungstext. Warum, weswegen, weshalb das so ist. Okay. Ähm. Genau. Bei Ankündigung steht das drin. Genau. Meldet euch da auf jeden Fall bei mir. Und dann könnt ihr euer RPG Maker Spiel hier bewerben. Und dann werde ich das vielleicht auch spielen auf meinem YouTube-Kanal. Mal gucken. Gut. Soviel dazu. Also jeden zweiten Sonntag wird es, ähm, RPG Maker Spiele auf meinem Kanal geben. Live aus dem Discord. Ähm. Genau. Und das war's soweit. Danke fürs Zuschauen. Tschüssli. 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 Tschüssli.